einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch allen hier ist wieder der lustige nordhesse am mikrofon und was sehen wir heute ja rocket league das ist ja mit meinem autochen hier mit den hörnern und die schönen felgen und hochglanz poliert meine karre es gab ein update bei steam wie man hier rechts sieht saison 1 beginnt mit diesem update werden bronze silber gold und platin liegen sowie ein neues rangpunkte system mit dazugehörten in game belohnungen von rocket league einzelne drei gegen drei match sind als zusätzlicher bonus auch wieder da also ich habe heute mir gedenkt ich spiele ich will ein online spiel spielen aber nicht jetzt so doppelt standard chaos nein ich möchte ein einzeln duell spielen renkt also das ist eine nummer einzeln duell eins gegen eins und dann renkt das wird nicht einfach auch nicht für mich und auch nicht für den konrad viele grüße auch dahin an meinen lieblings snoop und natürlich auch an fritte und biertrinker und storm und sinferno und roach und sonst welche alle kaputten die im ts immer abends rumhängen und mich heimlich aufnehmen und eine soundbar erstellen ja wir spielen einzeln duell und das wird echt ich habe mich schon ausgezogen nein nicht so ich habe mir jetzt nicht schon frisch noch nicht frisch gemacht also egal ich habe mich jetzt mich jetzt bereit bin ich und das wird schwer ihr werdet sehen ich kann nichts für nichts garantieren es kann auch richtig jetzt nach hinten losgehen auch nichts 21 1 gegen konrad aber das wird nicht einfach werden wir werden probieren das wird schwer das wird schwer ich habe schon im urin habe ich schon auch scheiße einfach der in der lakshambo ja so sieht auch aus komm 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 ich bin ein noob also jetzt nicht würd ich nehmen konrad oh ranket alter fünf minuten ranket 1 gegen 1 es ist echt schwer eins gegen eins man hat sonst immer ein torwart irgendwie ein torwart drin weiß ich weiß wie der fritte der erste geiler torwart ich brauche mal ein bisschen speed ach scheiße ich kotze bin ich schon doof einen ball einzukriegen alter hab doch zwei kinder also so wo ist der typ wie jetzt was geht denn ab alter ja ja schön luck jumper dann werden wir einfach nochmal probieren oder wieder einzeln ranket ja ich dachte es wäre jetzt schwieriger liebe leute und leute der sonne und freunde der sonne aber egal machen wir halt nochmal ein match ja ich grüße auch immer ganz lieb den fritte der hat ja heute irgendwie ein video online gestellt mit so einem best of von rocket league mit storm mir und konrad und so du bist eine geile fritte muss ich sagen fritte irgendwie mag ich dich ja platonisch nicht alle spiele sind verbunden leute einzig oh das wird echt ich bin mal gespannt ich bin gespannt echt ich bin echt gespannt mein auto ist geil mein auto ist so geil die hörner ey und für drei euro kann man die jetzt hier kaufen ranket das wird schwer oh der hat matter was das hier hätte kürcher lüben oder was ach du scheiße das ist auch das ist echt ich bin so aufgeregt weil ich aufnehme ich bin so ein trüffel das spiel macht mich immer aggressiv oh leute nein ich bin so scheiße das ist auch das ist echt ich bin so aufgeregt weil ich aufnehme ich spiel ja auch immer noch mit tastatur ne nicht schoipad oder so nen scheiß ich spiel ja auch GTA mit denkrad auf geht's mein liebes freunde und freunde der sonne ja hat er denn da oben spiderman oder was das ist echt die hände sind richtig nass immer hier echt Tor nein du muschi alter echt nein ich hab dem das kann doch nicht wahr sein alter boah boah ey ranket alter eins gegen eins stier nacken kommando muschi gegen muschi mund muschi boah 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 uuuh 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 scheiße alter ja gib mir ne vorlage komm bettan uuuh uwu Mul uuuh huu uuuh uuuh nu men k uuuh uiuh hutz Ja, ab nächstes Jahr, lieber Hartz-IV-Empfänger. Ich bin ja kein Hartz-IV-Empfänger, aber 5 Euro mehr, habe ich gehört. So, Torschuss. 4-1. Die Frage ist jetzt, wie lange hält er durch? Wie lange hält er durch? Wie lange tut er die Verbindung aufrechthalten? Mann, 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 Mann. Hätte ich jetzt gegen Konrad gespielt? Oh, der... Oh! Und, und, und... Nein! Ach, scheiße! Komm, 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 komm. Der Ball, der Ball, der Ball. Scheiße, ach. Jetzt muss ich aber mal hier beeilen mich, ja. Was denn da? Alter. Alter, ja, ram mich mal weg, du Sack, alter. Ja. Nein! Ey, das Spiel ist echt... Eins gegen eins ist echt schwer. Das ist wie bei Poké, eins gegen eins, alter. Boah. Boah. Kippt es doch nicht. 5-2-Tor vom Henner. Ja, sowas sehe ich ja bei Slim oder bei Rauch oder bei Unu-Conrad oder Fritte oder sonst wie, äh, Stiernacken-Kommandos, äh, sehe ich ja so wenig, äh, Einblendung von Tor von Henner. Ich mach' ja nie Tore. Ich bin ja hier nur der Unterhalter. Nein, nein. Alter. Ah, 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 ah. Sack, du Sack, Junge. Nicht mit mir, Junge, nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir, Alter. Ich mach' euch fertig. Was bist du, Alter? Was willst du denn, ne? Komm her, komm, komm her. Und Tor, komm her, komm her. Mach' den Ball da rein. Nein, das ist wieder so doof. Mann, 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 Mann. Das gibt's doch nicht. Nein! Ich, sche, ich guck's mich an, scheiß Kaffee, die Eure. Ich bin ne Lusche, Alter, ey, ne Lusche. Verlier ich das Scheißspiel noch, oder was? Scheißspiel, echt. Scheißspiel. Boah, ja, bums mich weg, ist klar. Ist doch klar. Und Pass. Oh, das war geil. Oh, das war geil. Headtrick. Der Ball ist rund, mein Freund. Neun Minuten hat ein Spiel, aber das hier nur fünf. Ah, geil. Ah, 7-3. Bin ich schon, oder bist du da, mein Freund? Ah, oh, 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 oh. Oh, geil. Alter, das ist doch, eh. Siehst du das? Siehst du das, mein Freund? Mach dich fertig. Mach dich nass, Junge. Du, Alter. Oh. Und Ecke, Ecke, Ecke. Und Ecke, 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 Ecke. Komm, komm. Und Ecke, Ecke, Ecke. Ah. Loll. Loll. Was war denn das? Was war denn das für ein Scheiß, Alter? Ich hab einen Steifen. Oh, also. Oh, einen Steifen. Arm. Tor. 9, 3. 9, 3. Ranked. One gegen one. Alter, das ist, das ist so geil. Äh, das ist so geil. Oh, noch einer rein. Oh, Alter. Ranked, Alter. Möge die Macht mit mir sein. Also, es ist schon... Oh, noch ein Tor. Nee. Will ich den Tor noch über... Nein. Du kriegst keinen, du kriegst keinen mehr rein, mein Freund. Alter, wenn du so spielst, wie du spielst, äh, 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 wie du so, wenn du so einparkst, wie du spielst, mein Freund, dann kriegst du keinen rein, mein Freund. Pech. So, Gewinner. Oh, Angst. Und die Ranglistenpunkte. Alter, das geht hier ab. Alter, 2000 Punkte, liebe Leute. Ihr seht ja, Ranked. Ey, normalerweise kriegst du bei Freunden spielen irgendeinen Scheiß. Jetzt kriegst du vielleicht 300, 400, 600 Punkte. Hier gebe ich 2000 Punkte, habe ich hier. 2000 Punkte. Also, liebe Leute, schaut euch Rocket League an. Das Spiel ist mittlerweile im Kommen. Ja, also, erscheint und im Kommen. Es ist ein richtig gehaltenes Community-Spiel. Es macht Fun ohne Ende. Ihr habt ja gesehen. Ich jetzt der Semipro, ne? Ja, also, wer Bock hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mal wirklich jetzt auch mal sagt, hier, Henner, ich heiße Sir Henner in Steam, addet mich. Wir machen mal zusammen ein kleines Match. Aber wie gesagt, 1 gegen 1 ist echt schwer. Es hätte auch letztens ein anderer sein können. Aber wie gesagt, ich wollte euch mal zeigen, ein Ranked 1 gegen 1 Duell mit den lieben lustigen Nordhessen. So, bis dahin erstmal euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und man hört sich, sieht sich und sonst was. Bis dahin. Ciao.